Hallo Leute, mein Name ist sozialinzog und ja, ich befinde mich gerade auf meinem Kanal. Aber dahin, ja seht ihr schon, hat SG4 eine neue Folge hochgeladen und zwar Mario School Shop. Uiih, Schule und SG4? Das kann nur heute werden. Let's go! Was? Ähm, das ist aber keine Schule. Oder schläft er? Äh, Excel, alles in Ordnung? Oh, mamma mia! Oh, man. Okie, okie! Bob, it's your turn! Oh, man. Sup, homies? The name's Bob. Alright, folks, this is a banana I found in my neighborhood area, otherwise known as the dumpster. I give up, that's it. Wow, fantastic. I don't think you can go there. Was? Security? Oh. Hey, I was just leaving. Uh-oh. I'm gonna leave now. Hello there, fellow person. Did you know you are breaking the law? Please don't do that. Please don't do that. Hello there, fellow person. Oh, shit. What the hell was that? I don't know. Mario? Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Alrighty. Let's go. Objects that I've shoved up my arse. Das sieht nicht gut aus Karate Club Oh man, dieser Fernseher Karate und Maggie Interessant Au Noch schlimmer Der hat gesessen Der kommt zurück Tja, jetzt bin ich aber gespannt So ist nicht Karate Aber Echse Müssen wir nur Blümmel schaffen Auch ohne Stift Gans sind kein Karate Und Bob hat zu spitze Hände Mario, das ist kein Hampton Und nochmal Anime Club Allein der Kommentar von Maggie Ich hab genug vom letzten Jahr von Anime Eindeutig nach dem Anime-Act What the beep? Eeeh Joker What are you doing? Oh ja Die Aktion von Maggie war klar Das ist Ganz ehrlich Das ist besser als der Sonne und Mond Anime Ich glaub, jeder versteht warum Computer Club Ehm, Andy Wow Tide hat's mal wieder übertrieben Maggie's Box You little s**t Get in there You bitch Get in there Oh my first tip I about Nix OI OOOH Oh Do I hear something legal? Huh? Wha? Uh oh Oh, dieser Polizist ist ja echt creepy. Er haut lieber schnell ab. Hunting Club? Oh, oh. Hey, guys, welcome to the hunting club, where we shoot animals for sport. Ah, oh, no. And today I say shoot it. I mean, give them a nice hug with these rubber bullets. Yeah. Oh, Tari, echt jetzt? Maggie so. Die fällt echt drauf rein. Oh, oh, oh. und schon wieder mussten eine kursing bewohner dran glauben wow das fest ist neu was hat er geschrieben so all we need to do is shoot an animal right nicht fisch nicht eckse hat er sich gerade die weichteile ja für maggie ist das kein problem das ist das bruder es gibt es einen schiesdweiler das dauert hopp oh man schiesdweiler schuhme von smaggie wer ist ein bursch schumi das hast du dir jetzt selbst vorzuschreiben board game club okay das ist was harmloses das ist wirklich was harmloses nein es gibt doch keine neuen aufwürfe ja das game funktioniert anders nein oh 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 ist das ein jimera? game oder sowas? heiiieiei mystery club ladies and gentlemen welcome to the mystery club bob was hast du dir da ausgedacht bitteschön it's a mystery Nein, aber wirklich? Was machen wir hier? Oh, jung. Naive Aksal. Das ist genau das. Erstens. Misseric Club ist, was Misseric Club ist. Oh, ja, mamma mia. Shut your bitch, Italian ass up, Mario. Ich habe hier ein Box. Fischi, ich werde aufpassen. Es ist immerhin von Bob. Oh, come on. Never let us show that again. Good gesagt. Hi, hi, hi. Man, everything sucks so much ass, it's not really that funny. What about a volleyball club? I swear if you make me do another physical activity, I'm gonna scream. Oh, what about a friendship club? Why are you good? You can do it! Keep going! Oh, oh, what is it? Get down, get down. Sorry, was hast du für eine Idee? Woohoo! Yay! Will you shut up? Some of us are trying to sleep. Hey, hey. Stupid school. That stupid ass security guard can eat a chode. Wow! That's not very nice of it. Wow! Was war das? Die Karte ist einfach insane. Wow, ist das Armbeck von Maggie Good. Der ist einfach eingeploppt. Oh, du Schande. Ja, dann bye. Was hast du grad? Keine Ahnung. Aber hier endet die Reaktion. Bleibt sozial, lasst aber da und bye.